was geht youtube lotzor wieder zurück aus der welt von tanki online weil sich das der ein oder andere spieler wieder gewünscht hat spieler spieler bzw online user wollte ich sagen und ja dann spielen wir auch eine runde tanki online diesmal aber nicht mit ricochett sondern mit donner am start donner und viking im badmobil wieso badmobil weil fledermäuse und so ein scheiß also blau und schwarze fledermäuse und oha geile galaxy tarnung ist am start ich muss gerade meine maus kurz weg schieben so und ja wir spielen diese runde deathmatch hat auch gerade erst angefangen wie man sieht wir waren ja eben noch in der lobby und ja mal gucken ob wir irgendwas reißen können wir werden auf jeden fall richtig drangen wie immer der hat ihn schon besiegt mit donner spiele ich normalerweise nicht so oft aber ich bin tot aber vielleicht können wir irgendwas reißen also mal gucken mal gucken also ich will werden sehen wir werden sehen also natürlich der anfang der runde wird jetzt natürlich schrott sein also ich habe heute auch noch generell noch nicht gespielt um ein rico chat die drücken immer rein also erstmal heilow wieder drogen da habe ich bin's dem oh fuck oh fuck oh ja ich hab ein tausender gedrückt und noch mal tausender easy clap so da hinten war noch einer zack 400 noch mal rein zack 500 noch mal rein nein wieso tötest du den auch mann ich wollte ich wollte halt ja hat nicht geklappt ausreden gibt ja das ganze alles ohne headset weil ich tue ton später hinzufügen also sound weil den tanki online sound an sich finde ich persönlich nicht so geil muss ich ehrlich sagen und drei leute ging ein läuft ja gut ok 23 was haben die ein interessanter reise muss ich auch ganz kurz sagen also ton wie gesagt würde ich mit später musik einfügen deswegen kein headset auf und ja interessanter weise muss ich sagen die spieler seit dieses update gab mit dem dass die panzer besser wurden und so ein scheiß sind die spiele auf einmal alle viel besser geworden alle 7000er wertung ich weiß gar nicht wo die das hergenommen haben ich mache keinen schaden an mir selber ich habe einen anderen panzer aufsatz aber auch gut sehe ich genauso sehe ich genauso ich habe du kannst ja beim donner verschiedene einstellungen mittlerweile wählen und ich habe das mit schneller schießen dafür weniger schaden plus also schneller schießen weniger schaden plus ich mache mir kein selbst schaden mehr und das war mir sehr wichtig weil bei donner war ja immer das problem dass er sich selbst schaden zufügt so zack was willst du hä was willst du guck mal der kleine haha triple kill so der ist tot nein 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 wieso so dumm normalerweise ich bin das gewöhnt von hornet und rico chat dass ich runterspringen und dann schieße ich auf den boden dass ich mich gleichzeitig wieder aufstellen kann aber im donner geht das irgendwie nicht so gut daran muss ich mich auch erst mal gewöhnen so du pisse alter jetzt wirklich dich so siehst du hast gesehen hast gesehen hab dich hops genommen hops genommen habe ich nicht guck mal jetzt ihn 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 achtung aber guck mal er ist fast tot das finde ich gut jetzt ist er tot nochmal schnell schutzschild rein der freeze hat mich nicht gesehen schöner panzer an der stelle war auch tot schönes ding so hier eine mine hinsetzen nicht sterben am besten ich will jetzt gar nicht so weit rein die base zack eben auch nochmal 1500er gedrückt und auch noch mal ein hit gedrückt schafft es hinter mir und ich stecke fest ich stecke fest ok easy so den habe ich auch noch mal gehettet auch noch mal gehettet oh nein oh er hatte ich dachte ich wäre so weit unten dass er mich nicht anvisieren kann ok wir führen aber 26 zu 20 meine kd ist 7 5 ist auch nicht gerade gut was macht er denn hier was macht er denn hier was machst du denn hier haa ich hab ich gehalt oh fuck wo ist er schafft wo ist er schafft da oben ist er schafft guck mal wie die mit uns hops nehmen alter das kann nicht wahr sein aber seht ihr die gesamtwertung 7200 7400 haben die gegner und das ist schon so ein also früher war ich ja mit meiner 6600er wertung jetzt habe ich 64 weil ich kein hornet und norikojet spiele aber da war ich eine der besten und jetzt hat fast jeder 7000er wertung und jeder jeder die 600er wertung also das ist schon heftig haha sein schutzschild ist genau in dem moment tot ist er alter die kartoffel wegdriften alles klar so hier hoch ich hoffe man hört mich überhaupt ich habe gar nichts getestet so dann sehe ich ob das überhaupt alles funktioniert und noch mal ein tausender und guck mal hier runter springen bahn doch mal tausender schutzschild rein bahn noch mal 1500 reingedrückt bahn noch mal 1500 und abhauen und radar an oder was das noch mal ist zack zack ach nee au das war dauerhaft schießen lol ich hab's voll verkackt radar aber wir hornet so zack zack alle getötet zack ich noch mal eine reindrücken noch mal eine reindrücken oh ich überlebe das vielleicht ich über... nee verstehe ich denn 13 7 ja ich brauche ziemlich viel aber ich denke mal würde ich das nicht machen würden wir das spiel verlieren weil wir haben 40 zu 30 10 kills mehr und ich sorge echt schon für ein bisschen ich räume schon ein bisschen auf sage ich jetzt mal also tragen tut so oder so jeder also mittlerweile vor allem die kriegst du ja auch richtig in den arsch geschoben äh bin ich der meinung und ja dann kann man das auch mal benutzen so schaden aktiviert ich finde auch die halten nicht mehr so lange wie früher die gehen voll schnell weg irgendwie so den da hinten wenn wir uns schnappen so zack 1500 da rein hey nicht abhauen mein freund bam zack tot ist er hat uns nicht viel gedrückt da ist der scharf zack ja so nicht alter mein freund so nicht schnell abbauen 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 okay pass auf du kriegst besuch von hinten er kriegt besuch von hinten er ist tot ah er ist über die mine gefahren oh nein meine nase alter meine nase freunde ich glaube ich muss gleich niesen das finde ich gut nein hä null schaden ich habe ihm tatsache null gedrückt diese menschen die ihr oberpanzer nicht drehen können das sind eh die besten also für die leute die es nicht wissen mit y und x also die zwei tasten die nebeneinander sind ähm kannst du dein panzer oben drehen x und y und ähm dann mit maustaste also was heißt maustaste egal mit den pfeiltasten bewege ich meinen panzer benutze ich x und y um den panzer zu drehen und mit e und q kann ich raus und rein zu das heißt ich zum rhein raus rhein raus zack zack rhein raus rhein raus zack zack den spur kennen wahrscheinlich viele von euch mittlerweile ich so zack das rein jo wie schnell ist er denn alter er ist ferrari er ist ferrari so wo gehen wir hin er ist doch wieder null schaden was ist das denn was war wie macht er das denn oh nein komm fick ihn fick ihn fick ihn digger fick ihn er hat so viel leben internet connection fail aber das war nicht meine schuldsachen vom spiel und ist auch gleich zu ende oh warte 0 sekunden ach die runde ist zu ende ok ja sieg wir haben gewonnen wir sind auch fast oberst leutnant ne wir sind oberst leutnant und wir werden dann oberst sorry mein fehler so verlassen ja das war so eine kleine runde tanki online team deathmatch mit batman mobil beziehungsweise mit dem badmobil vielleicht nenne ich auch das video so ich hoffe die kleine aber kurze entspannte folge hat euch gefallen wenn ja schreibt doch gerne mal rein ich will die videos nicht so gern ich mag das nicht wenn die so unendlich lang sind lieber ein kurzes gutes video und dann passt das und fertig ist so also musik werde ich auch einfügen das ist auch so ein ding ich muss immer verschiedene musik einfügen ich kann nicht einfach so vier minuten titel nehmen dann passt das sondern wenn das video sechs minuten geht muss ich zwei verschiedene musiktitel dann muss ich angst haben dass das copyright gesperrt wird aber ok lange rede gar keinen sinn vielen dank fürs zuschauen vielen dank fürs einschalten wieder schauen und reingehauen bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal